Von Südamerika über Afrika bis in die Antarktis. Im jungen Kunstraum im Kunstmuseum in Albstadt lässt sich die Welt an nur einem Tag bereisen. In die neue Ausstellung führte Melanie Löckel bei der Eröffnung am Wochenende ein. Schüler der Musik- und Kunstschule Albstadt begleiteten sie dabei mit einer musikalischen Weltreise. Unter den Ausstellungsstücken finden sich neben Bildern, die durch verschiedene Techniken entstanden sind, auch Masken, wie diese aus Burkina Faso. Die Ausstellung besteht noch bis Ende September 2024.